Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen! Weil ich verdammt viele Nachrichten bekommen habe. Aber tatsächlich war das bewusst ausgelöst, dass der Kanal gelöscht wurde. Und zwar hatte ich keinen Zugriff auf meinen Kanal und den habe ich damit wieder hergestellt. So, oder ich habe es zumindest versucht. Schlussendlich habe ich dank den Mods meinen Kanal dann wieder doch zurückbekommen. So, dann würde ich sagen, einmal ganz kurz hier alles eingesackt. Da haben wir Anthony Miller und die Liste nicht aufgemacht, Freunde. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Komm. Scheiß drauf. Ich mache mal kurz das Fenster klein. Da sieht man es jetzt noch. Ich hole hier die Liste raus, weil eigentlich habe ich die Liste auf die rechte Seite gepackt, auf meinen rechten Bildschirm. Allerdings, wenn ich das Kabel rausziehe zwischen Fernseher und... Ach, jetzt hat sich das Bild hier geöffnet oder was? Die Verbindung zwischen Fernseher und PC-Kappe ist natürlich der Bildschirm rechts wieder weg und dann verschiebt sich alles wieder nach links. Und hast du nicht gesehen? Übrigens, ihr seht schon, ich habe ein neues Mikrofon. Ich habe keine Ahnung, wie in die Akustik ist. Ich habe es gerade ein paar Mal getestet. Es gibt hier verschiedene Einstellungen. Ich kann euch die gerne mal zeigen. Das wäre einmal diese Einstellung. Dann hätten wir diese Einstellung. Und zum Schluss diese Einstellung. Ich bin zum Schluss gekommen, dass die Nummer 1 recht gut ist. Und die Nummer 4 recht gut ist. Das liegt daran, dass beide Stereos, währenddessen die anderen 5.1 sind. Das heißt, das ist wirklich ein Mikrofon. Das kann man von 5 Seiten besprechen. Ein Wahnsinn, ne? Dass es sowas nicht früher gab. Oh, Raider. Cool. Wer, wer, was? Okay. Das war jetzt seltsam, warum man da extra hinlaufen musste, aber egal. Die Raider, die überwinden wir ganz problemlos. Wir gucken mal nach unseren Quests. Ich glaube, das waren wirklich... Nein, das hast du nicht getan, Spiel. Übrigens habe ich mir dieses Mikrofon gekauft, wegen der unglaublichen Armfreiheit. Ich kann jetzt wirklich alles machen. Vorher bin ich ja die ganze Zeit gegen... ...mein Mikro gestoßen. Das hast du ja nicht gesehen. Ich muss mir nur irgendwo einen anderen Ständer kaufen. Weil der hier ist halt gerade und mein Mikrofon ist... ...ist nur nicht so optimal, wie ich es mir gerne wünschen würde. Optimal wäre es, wenn ich wirklich... ...gerade auf das Mikrofon zusprechen könnte. Geht allerdings nicht, weil mein Ständer halt... ...zu gerade ist. Ja, ja, ja. Lacht nur, lacht nur. Ich weiß, was ihr jetzt in euren Kopfen vorgeht. Ich weiß es. Ich weiß es. Denkt nicht mal dran. So. Äh, ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout Shelter. Nein, ähm... Das ist echt eklig, ne? Irgendwie hat das Spiel in letzter Zeit echt Probleme. Vielleicht spielen sie da geheim irgendwas drauf. Ich weiß es nicht. Oder ist das diese Nachricht, die sie da geschickt haben? Vor wegen... Hey, heute ist alles billiger. Diese prozentualen da... ...Geschichten. Dieses Pop-Up, was letztens aufgedaucht ist. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Und, ähm... Okay, wir haben die Raider übersprungen. Oder... Ja, übersprungen, ne? Sie waren nie da. Es ist magic. Mich stört's nicht. Hätten Todeskrallen auch sein können. Würde mich mir lieber freuen, wenn die plötzlich verschwinden. Aber Raider geht natürlich auch. Wo haben wir das letzte Mal stehen geblieben? Äh... Wir wollten auf unsere Quests gucken, ne? Und ich wollte einen Namen benennen. Und unser neuer lieber Insasse... Äh, ich meine Bewohner. Insasses-Warners. Ist, ist, ist... Wir waren bei Harozo. Jetzt ist Fadi am Start. Der Fadi. Eigentlich müsste ich dich mit 2D schreiben. Dann wärst du der Fadi. Aber, es ist Fadi. So, Fadi. Herzlich willkommen in der Vault. Äh, du hast jetzt momentan keinen... Außergewöhnlichen... Spezialpunkt. Könntest eigentlich alles machen, ne? Die Frage ist, wo könnte ich dich gebrauchen? Wir lassen dich kurzzeitig noch stehen. Wir werden das gleich ändern. Allerdings... Werden wir einmal ganz kurz die Leute wiederbeleben. Einmal TR Pride. King Julian, der wartet draußen. Tevin Tyrone. Hm, hm. Plasma-Pistole. Hatten wir gestern schon gesehen. Hatten wir gestern schon gesehen. Also außerordentlich ist das nicht. Obwohl 10.000 Kronkorken. Freunde, ich bitte euch. Wie lange ist er gelaufen? 2 Tage, 23 Stunden. Also er ist immer noch irgendwo der Rekordhalter. Ich meine, das letzte Mal ist er irgendwo um die 3 Stunden, glaube ich, gelaufen. Äh, 3 Tage meine ich. Nicht 3 Stunden. Äh, allerdings war er da noch nicht Level 50. Das heißt, er hat durch Level-Ups auf jeden Fall eine Menge Leben dazu gewonnen. Und wir gehen mal kurz weiter. Einmal kurz alle überleben. Äh, wiederbeleben. Überleben. Ist falsch. Nur mein Herz läuft immer noch zurück. 5 Stunden. So, hier haben wir Tod, ne? Hast nichts Schönes gefunden. Na, jetzt. Ah, ja, 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 gut. Hätte ich gleich machen können, ne? Ne, egal. Ich wollte eigentlich zurück zur Liste, damit wir die Liste nicht abbrechen, damit wir nicht von Anfang an neu anfangen müssen, hier durchzugehen. Allerdings, Pech gehabt. Pech gehabt. Ich bin gespannt, wie das gleich mit der Soundqualität wird. Ich weiß es noch nicht. Kann sein, dass ich mich morgen wieder anders anhöre, weil ich das Mikrofon umstelle. Ich kann es theoretisch auch leiser machen. So, dass ich halt nicht mehr so laut spreche. Das könnte irgendwann mal nützlich werden im Stream oder so. Dann muss ich halt nicht unbedingt direkt auf meine Kontrollfläche da gehen und alles korrigieren. Sondern hätte es dann direkt immer per Rad. Also Speck geht's wirklich. Es hat sich jetzt wirklich nicht gelohnt, sich wieder zu leben. Aber gut. Rexas steht. Tod ist Tod. Alltod ist Tod. Le Tod. Spirit steht. Der Malkaf Zero läuft immer noch. Und uh. Ich glaube, das ist meine Rüstung, ne? Ich glaube, habe ich ihm gestern meine Rüstung gegeben? Ich glaube schon. Ich war gerade kurz davor, einen Freudensprung zu machen. Bis ich realisiert habe, wir haben ihm doch die Rüstung mitgegeben. Er hat sie nicht gefunden. Was echt schade ist. Ich habe mich schon echt gefreut, dass wir eine Power-Rüstung finden. Es ist sowieso total banal. Ich schicke 50.000 Leute ins Ödland. Alle höchst ausgebildet. Und dann schicke ich da so eine Todgeweihte ins Ödland. Und was bringt die mit? Eine verdammte Rüstung. Eine Power-Rüstung. Das ist echt... Also manchmal... Naja. Äh. Muss man nichts zu sagen, ne? Fall raus! Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Kommt mir das nur so vor? Ist der Ton sehr seltsam. Ich höre so ein leichtes Rauschen von einem Wind. Aber naja. Laufen die beide gerade zusammen? Moment. Normalerweise stirbt schon eine Todeskralle hier an dieser Stelle. Aber gut. Ah. Das Bomi kriegt noch ordentlich aufs Maul, ne? Ah, die kriegen alle ordentlich aufs Maul. Kannst du dir sagen, was du willst? Na ja. Todeskralle hat auf jeden Fall nicht überlebt. Also alles in Ordnung. Gut. Ich wollte mir ja die Quests angucken, ne? Das haben wir immer noch nicht gemacht. Ähm. Ich würde glatt behaupten, Freunde. Wir machen, äh... Heute keine Quests, oder? Klingt das vernünftig? Äh. Energy Drink. Nicht nur irgendein Energy Drink. Red Bull. Ich habe mir heute gedacht, ich gönne mir mal wieder einen Red Bull. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Normalerweise kaufe ich mal immer dieses... Wie hieß das? Ähm. Relentness? Irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung. Ähm. Ach ja, übrigens. Ihr habt ihr angefragt, ob ihr, äh... Beim Stream... Äh, mir... Wie nennt sich das? Ich... 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 Ich kenne nicht mal das Wort dafür. Spenden machen könnt. So. Da habe ich mir gedacht... Da habe ich mir gedacht, wenn ihr wirklich spenden wollt, dann spendet mir Energy Drinks. Die kann ich immer gebrauchen. So, aber erstmal müssen wir dafür sorgen, dass die Jungs nicht abkratzen. Das ist ein bisschen blöd, dass wir nochmal gegen die Todeskranken kämpfen mussten. Ja, das war... Das... Das war so dezent knapp. Übrigens habt ihr bemerkt, dass, äh... Wenn ich etwas zu trinken in der Hand habe, ich verdammt drehzählig werde. Seltsam. Ich stelle es lieber weg. So. Ich packe es einfach wieder aus, wenn ich ein Thema habe, über das ich quatschen möchte. So. Äh, ja. Ich könnte eigentlich darüber quatschen, warum überhaupt mein Account gelöscht wurde. Äh... Viele hatten wahrscheinlich ein bisschen Panik. Kann ich verstehen. Ähm... Es war so, dass ich, äh... Keinen Zugriff mehr auf mein YouTube-Konto hatte. Also komplett gar nicht. Äh... Wenn ich mein Passwort eingegeben habe, stand da wirklich einfach nur Fehler. So. Äh... Das dürfte mit dem Zusammenhängen, dass ich, äh... Mein Google-Plus-Konto geändert habe. Das heißt, alle, die mich momentan auf Google-Plus folgen, die mir folgen, äh... Die werden da so schnell nichts mehr von mir sehen. Ich habe nämlich jetzt ein neues Google-Plus-Konto. Ich hatte vorher ein Google-Plus-Profil. Das heißt, mein eigentlicher Name, Der eigentliche Name dieses Kanals war nicht Zero-One-Up. Der war Zero-One-Up-Plus. Ne, Zero-One-Up-Punkt war das. Punkt. Der war am Ende ein Punkt. Der war nur so klein, dass man ihn nicht sehen konnte. Ähm... Und ich habe heute irgendwie aus Langeweile bei der Arbeit, äh, mal ein bisschen rumgesurft. Ähm... Wollte auch meine Mods aus Twitch, auch die Mods von YouTube werden lassen. Und habe gesehen, ich brauche ein Google-Plus... Eine Google-Plus-Seite. Hatte aber nur eine Google-Plus-Profil. So, habe also eine neue Seite erstellt. Ähm... Hatte aber noch meine Google-Plus-Profil. Äh... Ich habe dann also die Google-Plus-Seite mit meinem YouTube-Konto verbunden. Aber gleichzeitig war auch, ähm... Mein Google-Plus-Profil mit der Seite verbunden. So. Also habe ich mir gedacht, komm, irgendwie musst du das wieder entbinden. Also habe ich mein Google-Plus-Profil mit meinem anderen YouTube-Channel verbunden. Das heißt, meinem, ähm... The Elder Scrolls Bücherei. Allerdings hat das zu einem so enormen Fehler beim Login, äh... Verursacht, dass ich nicht mehr reinkam. Er hat einfach komplett blockiert. Er wusste nicht, wo er sich anmeldet. Meldet er sich jetzt bei... 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 Beim Zero-One-Up-Kanal an? Oder meldet er sich jetzt bei der Bücherei an? Konnte er nicht identifizieren. Also... Fehler. Hatte ich überstunden. Habe ich mir gedacht, okay, komm. Äh... Lösch du ganz kurz deinen Kanal. Aus... Ganz kurz wurden 10 Minuten. Äh... Weil ich nicht wusste, wie ich den so schnell wieder... Kriegen kann. Das lag nicht daran, dass ich nicht... Nicht... Nicht wusste, sondern ich wusste nicht, wo mein altes Handy war. Weil ich noch meine alte Handynummer angegeben hatte. Und nicht meine neue Handynummer. Also habe ich erst mal mein altes Handy gesucht. Habe es nicht gefunden. So. Dann gab es dann noch die zweite Möglichkeit von wegen... Hey, beantworte uns ein paar Fragen zu deinem Kanal. Und dann... Kriegst du deinen Kanal wieder. So. Dann waren da halt Fragen wie... Ja, wann warst du zuletzt online? Pff, easy, heute. So. Dann, äh... Der nächste... Ja, wie ist dein Name? Ja, pff, easy. Zero One Up, weißt du? Und dann kommt plötzlich... Wann hast du dich angemeldet? Und ich... Wo soll man sowas wissen? Nach mehreren Jahren, wann man sich angemeldet hat? Bei... Bei Google Plus oder bei... Ich weiß gar nicht mehr, was die da gemeint haben. Google Plus oder YouTube. Ich habe einfach gedacht... Okay, komm. Äh... Ich glaube, meinen Kanal hatte ich erstellt... Circa 2012. 2013 hatte ich ja so meine erste Let's Play Erfahrung. Ähm... Habe dann abgebrochen. Ich war ja schon... Ich war irgendwie zwei, drei Tage Let's Player sozusagen. Habe abgebrochen. Ein halbes Jahr später habe ich nochmal angefangen mit Minecraft. Habe das abgebrochen. Und dann habe ich ein halbes Jahr später mit Xbox Spielen angefangen. Und das habe ich dann beibehalten. So. Und da muss man erstmal darauf kommen, wann man wirklich seinen Kanal erstellt hat. Ich habe einfach nur geraten. Ich gebe es zu. Ich habe geraten. Hätte ich nicht geraten, wäre mein Account nicht wieder belegbar gewesen. Das heißt, ich hatte eigentlich eine Menge Glück. Äh... Gut, jetzt habe ich geschwabelt ohne Ende. Wir wollen ja ein bisschen spielen, ne? Tut mir leid. Tut mir leid. Wahrscheinlich hat die Hälfte schon abgeschaltet. Und in den Kanalen steht sowas. Bäh! Wer hätte es den Kanal löschen sollen? So. Habe ich gerade gesagt, im Kanal steht? In den Kommentaren steht das dann. So. Übrigens nehme ich momentan zu einer christlichen Zeit auf. Fast, fast. Es ist schon irgendwo kurz vor zwölf, aber in meinen Augen ist das noch recht christlich, die Zeit. Ich weiß nicht, was andere Christen dazu sagen würden. Wobei, ganz ehrlich, viele Leute, die bei der Kirche angemeldet sind, und quasi Christen sind, die interessiert das denn scheiß. Aber ganz ehrlich, Freunde. Wenn man nicht gläubig ist, oder wenn man einfach Kirchensteuer und so weiter nicht möchte, dann sollte man sich abmelden. Ich glaube, das werde ich auch demnächst machen, dass ich mich von dieser dämlichen Kirchensteuer abmelde. Ich meine, gut. Ich kann nicht mehr kirchlich heiraten. Oh. Das brauche ich ja so dringend. Ich meine, klar, es ist natürlich der Wunsch der Frau, dass man in der Kirche heiratet. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Es ist irgendwo, ja, der Wunsch einer Frau, kirchlich zu heiraten mit Riesenkleid, hast du nicht gesehen, weil es romantisch ist. Ich weiß nicht, was an der Kirche romantisch sein soll, aber gut, so eine Hochzeit ist natürlich etwas Besonderes, man kann sich immer wieder anmelden. Das ist das Gute daran, nicht sterben. Man kann sich halt immer wieder anmelden. Sagst du einfach, nö, ich hau jetzt ab, zehn Jahre später willst du heiraten, sagst du, ich komm wieder. Hast du zehn Jahre keine Kirchensteuer gezahlt. Fertig. Und das ist, glaube ich, das, was ich demnächst angehen werde. Und ist da gerade jemand umgekippt? Hoppla. Wieso sind die so stark geworden? Alter. Da dreht man sich einmal kurz um und dann fällt der wieder um. Naja. Gut. Spombie. Nein, du bleibst. Du bleibst. Du bleibst. Ja, einer von den beiden, einer von den dreien ist doppelt gestorben. Das muss man erstmal hinkriegen. Steht auf und fällt um. Er kann von Glück sagen, dass ich nicht weiß, wer es war. Aber ich glaube, es war... Der, der sich gerade versteckt. Ich glaube, Seelord ist zweimal umgefallen. Äh, naja. Ich wollte ja eigentlich spielen. Jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht und wir haben die Zeit schon fast um. Äh, es tut mir voll sorry. Aber so ist das Leben, ne? So, Haroso. Wo bist du denn? Haroso. Hey, du hast einen coolen Bart. Respekt. Du wolltest ja unbedingt, äh, Rüdländer werden. Das, äh, ist dir auch gestattet und erlaubt. Was machst du da unten? Äh, du trinierst, glaube ich, sogar eh, ne? Ja, das ist natürlich perfekt. Kannst auch bleiben. Wieso sind hier nur fünf? Drei. Ne, sind sechs. Okay, äh, Mathe ist wohl nicht meine Stärke. Obwohl, ich habe Mathe früher immer geliebt. Nein, ich kann Mathe, ich kann Mathe. Ich habe nur nicht richtig hingeguckt. Ich habe nur nicht richtig hingeguckt. So. Das dazu. Äh, wir haben ohne... Was ist los mit mir? Ich glaube, es wird langsam echt zu spät für mich. Ich sollte irgendwie mal früher aufnehmen, ne? Wenn man so nach Hause kommt. Aufnehmen am besten. Obwohl, ich war gerade so, damit beschäftigt, meinen Kanal wieder zu beleben. Ich glaube, das zählt schon. Äh, wir haben eigentlich Strom derzeit. Das läuft ganz gut. Äh, Freytile Roan bekommt jetzt von mir erstmal einen... Nein, nicht den billigen Laborkittel. Nicht den billigen Pfutzkram hier. Den guten. Dann verkaufen wir mal hier den Scheiß, den wir angesammelt haben in den letzten Folgen. Das ist alles soweit in Ordnung, ne? Ah, wohl, das hier kann weg. Gut, perfekt. Äh, wir haben... Auch noch Lunchbox, zeigst du schon. Äh, Stimpaks ohne Ende. Wir müssen diese Stimpaks loswerden. Eclipse! Ah, weißt du was, du... Ich schicke dich schon zum fünften Mal hintereinander raus. Wir müssen mal jemand anderen rausschicken. Christian Marschner, mein Freund. Du warst schon lange nicht mehr draußen, ne? Ach, wir können jetzt 85. Oh, dieser neue Folterraum, den wir entwickelt haben, ne? Der ist so episch. Wir können jetzt sogar mehr Stimpaks tragen. Mehr Stimp... Mehr Stimpaks tragen. Freunde, wisst ihr, was wir schon mal machen können? Ist ja völlig bumpe, ne? Wir wollen ja sowieso hier noch zwei Krankenstationen bauen. Wieso bauen wir sie denn nicht einfach hin? Da können wir mehr tragen. Das ist doch ideal. Ich meine, das wird uns wahrscheinlich... Alles kosten, was wir haben. Aber das bringt's voll. Ihr werdet schon singen. Ihr werdet schon singen. Die verbrauchen, glaube ich, auch nicht so viel Strom. Ich meine, guck mal. Der Regler ändert sich nicht mal. So, dann verbessern wir den ganzen Scheiß noch. Zack. Und sind schon wieder fast pleite. Aber... Das Gute ist jetzt... Wir können jetzt... ...ne Menge Stimpaks ansammeln. Ich weiß nicht, wie viele, aber... ...höchstwahrscheinlich viele. Können wir das nicht irgendwo sehen? Halt, wir können das hier, glaube ich, gucken, ne? Nö. Irgendwann werden wir herausfinden, wie viele Stimpaks wir tragen können. Oder können wir es hier sehen? Nö. Also Lagerung 30. Das heißt 30, 60... 90, 120... 125 müssten wir, ne? 125 müssten wir jetzt schleppen können. Ich hab grad überlegt. Wir hatten ja vorher zwei Krankenstationen. Konnten aber 65 tragen. Das heißt, 5 kriegt man gratis. Das heißt, 125 haben wir jetzt. Oder? Doch. 125. 25. So. Ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Ödleine loswerden. Was ist mit dir, Hank? Was ist mit dir, Hank? Ich mein, gut, du redest gerne in der Bar. Darfst du auch gerne machen. Aber geh doch mal zwischendurch mal raus. Genieß ein bisschen die Luft. Nicht immer in einer stickigen Bar. Ähm... Wen picke ich mir jetzt aus? Der Ray All auf jeden Fall nicht. Dr. Nick All auch nicht. Ähm... Na, Eclipse war schon so oft draußen, ne? Bertha, mein Freund. Ah, der bärtige Bertha. Geh doch mal raus. Ich hab so das Gefühl, ich schicke immer dieselben raus. Haben wir echt so wenig. Ach, hier unten. Ah, hier unten lagern die ganzen Leute. Oh, das ergibt natürlich Sinn. Äh, warum wirst du mal riskieren? Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich verstehe es nicht, Freunde. Äh, aber egal. Ich wollte die Folge eigentlich bänden. Dann holen wir morgen den Rest rein. Äh, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Äh, zack. Ha, funktioniert sogar. Äh, zu einer neuen Folge, indem wir die Leute mal reinlassen. Äh, indem ich nicht die ganze Zeit über irgendeinen Scheißquatsche, wie zum Beispiel, dass ich mein YouTube-Konto wieder gelöscht habe. Oder, 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 oder. Was bist du für ein Regler? Da tut sich nichts. Ich habe es wahrscheinlich heute gehört, ihr hört ja gerade ein kleines Rascheln. Das sind meine Finger an den Tasten. Was gibt es hier noch so Schönes? Achso, ich kann das Licht an und aus machen. Ha! Ich finde es mit Licht ein bisschen atmosphärischer. Es hat so ein glühendes Leuchten. Als wären wir im Ödland. Gut, Freunde, äh, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Vielen Dank.